Hallo, ich bin Joachim Kottmann und habe das Dementical Socken im Kühlschrank geschrieben und komponiert. Eine ganz wichtige Hilfe dabei waren die Lesungen, die ich am Ende dieser Zeit veranstaltet habe, um zu sehen, ob die Handlung so funktioniert und ob die Songs an der richtigen Stelle passen. Denn der Anspruch dieses Musicals ist kein geringerer als gute Unterhaltung mit echter Tiefgründigkeit zu verbinden. Ob das gelungen ist, sehen Sie ab November 2019 in der Halle 32 in Gummersbach.